Das alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, hallo. Kanale Gleichsatz ist wieder mal am Werk mit der Folge 32 in der Philosophenprälogie, Abstraktion und Nominalismus. Sprachkritik, es geht weiter. Ich wiederhole nochmal die Nummer 166, weil das nicht oft genug wiederholt werden kann, um was es hier geht. Eine grundsätzliche Abkehr von den bisher objektivistischen Verfahrensweisen und die äußert sich dadurch, dass das Wahrnehmen als Urteilen begriffen wird und damit aus der Objektivität eine Subjektivität wird. Und diesen Umstand, diese Erkenntnis bringt Fritz Martner in seinem Wörterbuch der Philosophie zum Ausdruck. Aber nicht nur er, an den verschiedensten Stellen in der Geistesgeschichte, Philosophiegeschichte der Menschheit ist diese Erkenntnis durchgedrungen, aber leider immer nur in der Minderheit und von den am weitesten verbreiteten Ansichten an den Rand gedrängt und immer ums Überleben kämpfen müssen, um nicht auf alle Zeiten in der Versenkung zu verschwinden, hat es immer wieder diese Bestrebungen gegeben. Und hier sagt Martner, dass schon Campanella, und das ist 16. Jahrhundert, soweit ich weiß, schon weiß, dass mit der Wahrnehmung ein Urteilsakt verbunden ist. Und Descartes, das ist 17. Jahrhundert, hat das erkenntnistheoretische Problem begriffen, dass Wahrnehmung Verstandesarbeit ist. Und das erkenntnistheoretische Problem, dass die Begriffsbildung nicht einfach so aus dem heiteren Himmel dadurch entsteht, dass man Begriffe mit Dingen identifiziert und das dann Wahrnehmung nennt, sondern die Begriffsbildung ist nicht anders denkbar als von Interessen gelenkt, von Intentionen gesteuert und somit eine Angelegenheit des Subjekts und seiner Subjektivität, seiner Besonderheit des Bewusstseins. Eine logische Allgemeingültigkeit in Form einer Objektivität gibt es nicht. Das ist eine leere Behauptung derjenigen, die auf Allgemeinheit setzen, und das sind in der Regel die Mächtigen in Allgemeinheit oder die Vertretung von Allgemeinheit, die legitimiert Macht und deswegen darf diese Allgemeinheit nicht angegriffen werden. So, und jetzt kann es losgehen mit der regulären Nummer 167 in der 32. Folge. Hier heißt es, Sinnesdaten können nicht getrennt werden vom Prozess ihrer Beschreibung. Also hier wird sozusagen behauptet, dass eine Empfindung immer schon eine begriffliche Empfindung ist, weil um bewusst zu werden, muss sie im Sie oder er oder es die Empfindung konsequent durchgegendert, um im Bewusstsein, dem Bewusstsein greifbar zu sein, ist eine Vergegenständigung erforderlich, eine Verdinglichung, die Abgrenzung eines Dings von seiner Umgebung. Und das ist jetzt die große Preisfrage, ob es eine nicht begriffliche, so etwas wie eine Anschauung gibt, wie das noch Kant getrennt hat, dass die Anschauung als Vorstufe der Wahrnehmung sozusagen nicht begrifflich ist, und dann erst begrifflich wird. Wie das geschieht, das ist bei Kant auch nicht klar. Er hat nur festgestellt, dass eine Anschauung ohne Begriff leer ist und ein Begriff ohne Anschauung leer ist und eine Anschauung ohne Begriff auch leer. Also die Anschauung ist nicht denkbar ohne Begriff und der Begriff ist auch nicht denkbar ohne Anschauung, das heißt ohne das reale Gegenstück zum Begriff. Aber hier in diesem Punkt heißt es, dass die Sinnesdaten nicht getrennt werden vom Prozess ihrer Beschreibung. Also die sogenannte unmittelbare Wahrnehmung in Form von Sinnesdaten ist schon begrifflich. Und das passiert bei den meisten Menschen, den sogenannten naiven Gemütern, wie sie in der Geschichte der Erkenntnistheorie genannt werden und der naive Realismus. Da ist das so, dass automatisch Worte mit Dingen identifiziert werden, so wie man das gelernt hat als Kind. Das ist ein Schaf, das ist ein Hund, das ist der Mond. Und die Sonne oder der Sonne, wie es oder ist, das Sonne, wie es richtigerweise heißt. Gut, dann der nächste Punkt. Wir könnten keine Begriffe bilden, wenn wir nicht ähnliche Empfindungen für gleiche Empfindungen halten würden. Das ist der Punkt, was das erkenntnistheoretische Problem angeht, dass Begriffe als Elemente einer Sprache immer schon eine gewisse Allgemeingültigkeit mitbringen, weil man sich ja sonst überhaupt nicht verständigen könnte. Wenn es aber darum geht, einen sogenannten Sachverhalt so deutlich wie möglich darzustellen, dann geschieht anhand dieser vorhandenen Begriffe im Grunde genommen immer eine Verdeutlichung des Gebrauchs dieser Begriffe, also eine Erklärung, wie diese Begriffe gemeint sind, wie man etwas zu verstehen hat. Und so können diese Begriffe dann mit Gewinn, also mit Erfolg, mit Verständnis kommuniziert werden. Aber es handelt sich auch immer nur um eine Angleichung, um ein genaueres, das durch eine umständliche oder detaillierte Beschreibung, und es ist immer eine Frage der Zwecksetzung, wie genau man etwas haben will, um dann zu beurteilen, ob jetzt dieses Maß an Detailtreue noch zweckdienlich ist oder überflüssig, weil man noch mehr Einzelheiten über eine Angelegenheit gar nicht wissen muss, für den Zweck, den es zu erfüllen gilt. Das ist immer eine subjektive, individuelle Zwecksetzung, die auch, da lässt sich auch nichts in einem erkenntnismäßigen Sinn verobjektivieren. Diese Aussage hier ist eine klassische, objektivistische, in der davon ausgegangen wird, dass man es mit einer Welt an sich zu tun hat, wo jeder Mensch mit seinem Sinnesapparat im Grunde genommen die Wahrnehmung mit anderen teilt. Die sogenannte Wirklichkeit ist für mehrere Beobachter dieselbe. Es sind die Fundamente des Rationalismus, dass man an so etwas glaubt, dass das möglich ist. Und daraus nähert sich dann auch der Gedanke, der Glaube an den Objektivismus, der aber leider ein Aberglaube ist. Und schon geht es weiter, die Nummer 169. Das Allgemeine ist umfassend, es enthält aber auch wieder das Individuum. Es ist als Gattung sicher, vom Individuum verschieden, befasst es aber doch wieder in sich. Aristoteles und Locke versuchten sich von diesem Verhältnis Rechenschaft zu geben. Aristoteles, indem er das Allgemeine als den abstrakten Teil beschrieb, den die verschiedenen Individuen gemeinsam haben, der sich in ihnen wiederholt. Locke, indem er die allgemeine Vorstellung als ein Fantasieprodukt betrachtete, das durch die Verarbeitung der verschiedenen individuellen Gebilde entsteht. Also bei letzterem Locke finden sich nominalistische Ansätze im Sinne von das Allgemeine ist nichts als der Name. Hier die allgemeine Vorstellung ist ein Fantasieprodukt. Und dieses Fantasieprodukt muss jetzt von mir korrigiert werden, damit ich da eine ordentliche Markierung hinkriege. Wo schon Hume auch darauf hinweist, dass es sich da um Produkte der Einbildungskraft, wie er es nennt, beziehungsweise die Übersetzung von Lips so lautet. Aber bei Aristoteles, um den nochmal aufzugreifen, da wird das Individuum als ein kleinster Teil des Allgemeinen verstanden und ist so schon in der Allgemeinheitslogik mit inbegriffen. Und das ist diese grundsätzliche Fehlannahme, beziehungsweise die willkürliche Behauptung oder Setzung oder Voraussetzung, dass es sich beim Individuum als ein prinzipiell logisches handelt. Also das Individuum ist eigentlich schon ein allgemeines, aber eben das kleinste Allgemeine. Und so kann es nur Verwirrung geben, denn es gibt keinen logischen Grund, weswegen es zu dieser logischen Allgemeinheit und nicht ein sozusagen Irrationales gibt, dass sich dieser Logik entzieht. Das ist die Behauptung der Inkommensurabilität von Wort und Ding, dass es sich dabei um zwei völlig verschiedene Dinge, beziehungsweise Bahnhöfe handelt. Toto Coelho verschieden und das ist auch hier die Ansicht auf dem Gleichsatzkanal und auch die meiner Wenigkeit. Und die unterscheidet sich eben grundsätzlich von derjenigen, dass das Individuum, wie heißt es da bei Aristoteles, sicher vom Individuum verschieden, die Gattung, aber befasst es aber doch wieder in sich. Das sind diese logischen Salty, muss man sagen, die wir weiter oben schon, ich erspare mir jetzt das Scrolle, weil das zu weit oben ist, wo von diesen Gleichzeitigen, das ist Gleichzeit, hier haben wir es ja schon, das Dreieck, Gleichseitig, noch Ungleichseitig, Zugleich, Vernunft, das wird das Subjektiv und so weiter. Was da schon besprochen wurde, ist hier auch der Punkt, dass das Individuum eben ein Allgemeines ist, weil es die Gattung befasst ist in sich. Und dieser grundsätzliche logische Unterschied schafft eine total andere Auffassungsweise und an diesem Punkt scheiden sich ganz klassisch die Geister, da gibt es nur ein Ja oder Nein und ein Entweder-Oder und dann die entsprechenden Konsequenzen und die ist auf der einen Seite, dass es keine allgemeingültige Objektivität gibt, weil sonst auch der Unterschied zwischen Wort und Sache, dieser kardinale Unterschied überhaupt nicht mehr zu verstehen ist. Das ist die Konsequenzen dieser falschen Auffassung, dass man das Individuum als Teil des Allgemeinen betrachtet, die sind so immens, dass die gar nicht in 100 Jahren vom jetzigen Standpunkt aus vollständig erfasst werden können, weil dadurch die ganzen letzten 200 Jahre der Menschheitsgeschichte völlig neu geschrieben werden müssten. mit sämtlichen Legitimationen, da müsste es dann Reparationszahlungen noch und nöcher geben, die Adeligen müssten enteignet werden, also dass die Fürstenhäuser heutzutage noch 30 Prozent des Deutschen Waldes besitzen, das sind Geschichten aus oft noch dem Mittelalter. Und diese Rechtsprechung, diese Verhältnisse heutzutage sind einfach völlig undenkbar. Aber es wird so lange nichts daran geändert, solange die Masse der Menschen einem völligen Schwachsinn aufsitzt in Bezug auf die herrschenden Zustände und in diesem Schwachsinn auch gehalten werden. Da ist überhaupt kein Drandenken, dass mit den Königshäusern Schluss ist oder überhaupt auch mit diesen abergläubischen Religionen, zu der die Kirchenreligionen im Laufe der Jahrhunderte geworden sind. Also reine, formale Apparate mit Gläubigen, die, wie Pascal sagt, ihren Gott wie eine Kerze vor sich hertragen, auf das er ihnen leuchte. Aber das soll es dann jetzt auch soweit gewesen sein mit dem ganz großen Big Picture. Ich bleibe hier bei Ernst von Aster und seinem Prinzipien der Erkenntnislehre. Da schreibt er als nächstes... Oh, da haben wir hier Ernst von Aster Festspiele jetzt in der Folge 32, stelle ich gerade fest. Da werden wir nicht mehr fertig werden in den knapp zehn Minuten, die wir jetzt in dieser Folge noch bleiben. Da bin ich 170. Das Ding ist nicht diese Farbe, sondern es trägt sie an sich. Es ist nicht diese Härte, die ich verspüre, sondern es hat sie. Daraus ergibt sich die Frage, was ist das Ding selbst? Und eben diese Frage kann keine befriedigende Antwort finden, weil wir, indem wir das Ding selber fassen wollen, uns immer nur wieder eine jener schon aufgezählten Ideen in der Hand bleibt. Also, mit anderen Worten, das, was irgendjemand, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, an anderer Stelle schon festgestellt hat, mit der Frage, wenn ich vom Ding alle Eigenschaften abziehe, was bleibt dann? Dann bleibt nichts mehr. Also, was ist das Ding jetzt, abgesehen von seinen Eigenschaften? Eine Abstraktion, eine Zusammenfassung, die aller dieser Merkmale der praktischen Handhabe wegen, gibt es ein Wort, um nicht immer wieder zu erklären, erklären zu müssen, alle diese Eigenschaften, aber das muss eben doch passieren. Diese Worte, diese Selbstverständlichkeit, die viele Worte haben, wie jetzt Tisch und Tür und Lampe und Sonne und Temperatur und dergleichen, das darf man nicht, wups, übertragen auf andere Begriffe, in denen keinerlei solche Selbstverständlichkeit anzunehmen ist, weil eben der Bedeutungsspielraum, der Interpretationsspielraum viel zu groß ist, um da von vornherein annehmen zu können, dass man mit einem Wort verstanden wird. Und deshalb ist auch das Rund um die Uhr, Fernsehprogramm und alle möglichen Medien, was die im Grunde genommen machen, ist nichts anderes, als den einen gewohnten Sprachgebrauch immer wieder zu bestätigen, so dass man den Eindruck gewinnt, ja, das ist die Normalität und so ist es und so geht es und so wird es gemacht. Mit anderen Worten, der ganze Apparat ist zu nichts anderem da, als die Leute davon abzubringen, auf dumme Gedanken zu kommen. Man fesselt ihre Aufmerksamkeit mit den üblichen Verdächtigen, Gewalt und Sex und hält so die Leute auf dem primitiven Niveau, dass die Menschheit schon vor 10.000 Jahren für sich in Anspruch nehmen konnte. Ja, zu der 170 habe ich eigentlich alles gesagt mit dem Punkt, was ist das Ding, wenn ich alle Merkmale abziehe und da bleibt eben nichts mehr übrig. Da ist wie mit dem Obst, wenn ich alle Bananen und Äpfel und Birnen und so weiter, alles das abziehe, was ist dann noch? Nichts mehr. Also Obst ist eine Abstraktion, für die es kein reales Gegenstück gibt, weil diese Vorstellung auch im Grunde genommen dieses reale Gegenstück gar nicht braucht, weil ihre Funktionalität besteht ja darin, zusammenzufassen. Viele Dinge in einem Wort, um das Ganze zu vereinfachen. Es geht weiter, die Nummer 171, ich höre einen Ton, etwa das Surren einer Maschine, nun entferne und nähere ich mich abwechselnd der Maschine. Ändert sich dann der Ton, den ich höre, oder höre ich die ganze Zeit hindurch denselben Ton? Oder ich stehe fünf Schritt, ein anderer 50 Schritt von der Maschine entfernt. Hören wir denselben Ton oder verschiedene Töne? Wir können auf die Frage offenbar mit Ja und Nein antworten, je nachdem, was wir unter einem gehörten Ton verstehen. Und so ist es mit den anderen Ambiguitäten und Ambivalenzen und Gleichbedeutungen oder Widersprüchen, logischen Unklarheiten, die beruhen immer darauf, ob ich jetzt etwas, ein Individuum als Individuum, als Allgemeines verstehe oder eben als inkommensurables, irrationales Etwas, das primär ungeformt ist und der logische Schritt erst eine In-Angriff-Nahme oder In-Besitz-Nahme sozusagen dieser Realität, ein Claim-Abstecken darstellt. Das ist immer die Frage. Und hier ist es die Frage, was verstehe ich unter diesem Ton? Ist dabei, was ist an diesem Ton egal, um ihn als denselben zu bezeichnen? Ist die Lautstärke egal, um zu sagen, ich höre denselben Ton, weil ja der, der 50 Schritt weiter ist, ja einen leiseren Ton hört. Da muss ich mich darüber verständigen und das sozusagen definieren, was unter Ton verstanden wird, um dann sagen zu können, ja, das ist gleich oder das ist nicht gleich. Also beruht das alles auf Konvention. Aber ein an sich in dieser Angelegenheit gibt es nicht. Ist jetzt an sich der eine Ton von dem Standpunkt ausgehört, derselbe als der andere Ton vom anderen Standpunkt, diese Frage gibt keinen Sinn. Weil mit Ton ja direkt ein Sinnesapparat angesprochen ist und damit ein konkretes Subjekt entsubjektiviert, machen solche Aussagen überhaupt keinen Sinn. Also so überindividuell gesehen. Ja, dann haben wir es schon wieder. Schaue ich noch mal kurz auf die Uhr. Ja, meine Zeit ist im Grunde genommen schon vorbei. Ich kann jetzt noch eine halbe Minute überziehen. Das mache ich vielleicht, indem ich noch mal diesen 172 anlese. Wenn wir von einem Bewusstsein oder sagen wir, um die Mehrdeutigkeit eines Wortes zu vermeiden, lieber von einem Gegebensein sprechen. Ja, da kann ich jetzt nicht so die Mehrfrau hinweggehen. Weil die Gegebenheit ja mein Lieblingsthema ist. Ich vertrete im Besonderen die Behauptung, dass nichts gegeben ist. Also in einem logisch allgemeingültigen Sinn nichts gegeben. In einem subjektiven Sinn natürlich ist etwas gegeben. Also um gleich die primitivsten Einwände den primitivsten Einwänden zu begegnen. Aber das war es jetzt. Das war es mit der Nummer 2 und Folge 32 in der modernen Philosophen-Trilogie Abstraktionen-Nominalismus-Sprachkritik. Ich verabschiede mich mit einem Rumps am Popschutz und einem Fiction-Peace und Out. Das war es jetzt. Das war es jetzt. ' Untertitelung des ZDF, 2020